Servus Leute! Willkommen zu einem neuen Enduro Vlog. Heute unterwegs mit Christoph und mit den anderen Polen. Wir sind wieder mal in unserem schönen Privatgrundstück unterwegs. Mega nice hier, perfektes Wetter. Schöner Nachmittags-Ride. Ich werde heute nicht allzu viel reden, ich werde einfach das Fahren genießen und euch daran teilhaben lassen. Also seid gespannt, bleibt dran, es wird sicher lustig. Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Voll! Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. It's off sanding it. Nice. Sibir. Whoa. Oh. 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 Wow! Wow! Das ist ein paar mega Fahrzeuge. Das ist voll schrecklich. Wow! Wo ist die Auffahrt? Wo ist die Auffahrt? Das H ist hier hinten ab. Das H ist hier hinten ab. Wow! Bibo! Ja! Kamera! Wo ist die Auffahrt? Wo ist die Auffahrt? Ja! Scheiße! Ja! 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 Ja Leute mit verabschiede ich mich auch schon wieder! Danke für das Zuschauen! Stay tuned, liken, sharen, kommentieren, die Glocke reinhauen, wäre mir sehr wichtig. Und ich wäre auch extrem dankbar, wenn ihr den Kanal supportet und ja, bis zum nächsten Mal. Peace!